hallo und herzlich willkommen liebe leute wir spielen the walking dead in der letzten folge sind wir nach bacon eingedrungen und haben aus dem drugstore haben wir uns wieder vorrede geholt wahrscheinlich medikamente süßigkeiten und so weiter alles mögliche was wir greifen konnten wir haben ja alles mitgenommen was es nur zu holen gab und haben auch ein mädchen leider sterben lassen weil sie wurde schon gewissen hat uns aber viel zeit gebracht das war wieder so eine entscheidung gleich am anfang die mir echt nicht gefallen hat und jetzt teilen wir gerade den leuten auch mit wer wir wirklich sind und natürlich untersuchen wir auch nebenbei noch ein fall weil eine eine lampe hier gebrochen war und wir wollen jetzt erstmal schauen wer der verantwortliche ist und an wem wir uns wenden können immer mit katja hey you two how you doing okay just having a little spat we all carry guns now and i don't like it it's the way it's got to be i know but i'm not getting used to it i'm sorry how are you ja um mir geht es eigentlich bisher ganz okay nach den ganzen entscheidungen ja weißt du was über die taschenlampe weißt du was über die taschenlampe weißt du was über dieses broken flashlight we don't get many of those yeah it's a problem the glass and the bulb are all busted out i saw some broken glass over by the ice machine i meant to clean it up before the kids hurt themselves on it ich will das jedem sagen wir müssen uns in der gruppe einander vertrauen und das hat jeder erfahren es ist sehr ernst okay okay should i sit down come on okay ich war auf den weg ins gefängnis kenny i was uh on my way to prison three months ago no shit no shit wasn't for touching kids was it no it wasn't because we got two here i killed a guy in a fight should i be worried there's anything else in your past that's gonna come out no good but you should know if we got to make numbers when it comes to a boat this is gonna matter danke kenny dass du so 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 nett bist katja möchtest auch noch sagen katja kann ich kurz mit dir reden kann ich mit dir sprechen sicher ist alles okay ich will es jedem sagen auch katja ich will es selbst auch ben sagen einfach wie ich schon gesagt ich will sicherheit in der gruppe haben vertrauen aufbauern zu jedem und wir sollten uns ähm ähm vertrauen ich war auf dem weg ins gefängnis katja i was uh on my way to prison three months ago you've always looked at me with kind eyes i wonder if you could still do that if you knew i was a convicted fellow my goodness for what how much trouble can a teacher get into well plenty but it had nothing to do with that it was for murder why he and my wife that's enough tell me what happened when you were locked in the fridge at the dairy oh god oh oh soll ich sagen aber sie hat eigentlich ein recht daraus zu wissen was ihr Mann getan hat was geschehen ist bis in einer Gruppe wir sollen aneinander vertrauen ja ich 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 soll ich nicht nein ich sag's ihr doch es ist es ist besser scheiße das war echt eine scheißsituation alles hat sich geändert alles hat sich geändert alles wirklich die ganze Apokalypse hier Katja wird sich das merken ich muss nochmal nachfragen jetzt wegen der Lampe ähm was die Waffe angeht was die Waffe angeht über die Schäden nicht du beginnen ich wollte nur sagen Katja es ist wahrscheinlich gut sie dich nicht zufrieden danke Lee wie aber wir brauchen sie kein Wunder über das das glaube ich alle hier ihr euch ihr werdet ihr euch hier ihr werdet ihr euch hier ihr werdet ihr euch hier haben eher nicht ich habe meine Probleme mit Lilly aber ich mich nicht sie nicht wir können uns um uns mehr auf den anderen zu tun als wir haben so ist es dann muss ich bei Lilly ins Zeit legen ihr musst dich mit Lilly ihr euch haben das zu schließen ich weiß nicht wie wir es auf den Weg Das ist passiert. Also was dann? Zeit wird kommen, dass wir das Beste für unsere Familien tun müssen. Und das ist was wir tun. Ich spreche mit dir später. Erstmal die Frommobilie angucken. Ja, ich schau. So Ben. Hey Ben. Hast du die Taschenname gebrochen? Die Flaschenname wurde gebrochen. War das du? Nein. Du bist nicht in Trouble, wenn es war. Ich weiß, dass du nervös bist. Und vielleicht gingst du nach dem Bad. Es hat sie gebrochen und es hat sie gebrochen. Was ist mit dem 3. Degree? Ich habe keine Flaschenname gebrochen. Okay, dann. Das war nur eine Frage. Was sagst du von Lilly? Was sagst du von Lilly? Was sagst du von Lilly? Sie schaust mich aus. Das ist ein rechtes Ding zu fühlen. Ich habe nur Angst, dass sie zu schnauern wird. Ich war auf dem Weg ins Gefängnis. Ich war auf dem Weg ins Gefängnis. Ich hatte vor dem Weg ins Gefängnis. Oh, wirklich? Was warst du vor? Es ist nicht wichtig. Oh. Wenn du etwas hörst, ist es wahrscheinlich wahr. Und jetzt wissen sie es. Danke, dass du mir vertraust. Ben, entschuldige. Ja. Okay. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass ich gleich ein Killer bin. Aber ich habe ein bisschen an der Wahrheit getuschelt. Und was heißt die Wahrheit? Ich habe halt gesagt, dass ich auf dem Weg ins Gefängnis war. Das war ja nicht gelogen. Die Ursache spielt da keine Rolle. So. Untersuchen wir das mal. Ab und an. So. Hier ist's. Ab und an. Da ist etwas. Hier wird nichts. Ansonsten. Ausführungen. Okay, was habe ich gehabt? Oh, Duck! Haha, Duck ist so crazy. Macht das Duck. Oh, ich meine der Robin. Nein, oder? Wir wollen hier keine Sachen anheuern. Vermuten, wer es war. Hey, Ben, ich brauche ein Stück von Chalk. Du kennst, wo ich einen kann? Warum habe ich einen? Ich frage ihn. Ich spiele nicht mit diesen Sachen. Ich habe meine... ...äh, meine Gedanken. Und ich habe die Bibel gelesen, die ich in meinem Raum gefunden habe. Das ist, was es da für ist. Er wird ganz schön nervös, muss ich schon sagen. Jetzt haben wir die zwei auch noch. Ah, ja. Clementine liebt, mit ihm zu schreien. Ja, natürlich. Ich spreche mit ihr. Okay. Vielleicht mal Lilly kurz Bescheid geben. Nee, erstmal Clementine, dann Carly, und dann gehen wir mal zu Lilly. Oder erst Clementine, dann bevor ich hochgehe, gehe ich zu Lilly und ja. Hey Clementine. Hey Lee. Na Kleine. Hast du, äh, hast du einen pinken Chalk? Nein. Es ist irgendwo. Hm. Du willst Blut? Nein, nein. Es ist okay. Psst. Lieb. Ha, ha, ha. Es kommt in der Robin wieder. Ich habe etwas gefunden. Was ist es? Ich habe dieses Stück pinken Chalk und eine Schraube von der Garten. Wirklich? Total. Ich hatte eine Szene für Klüse und... Ja, Duck. Ich habe es. Good job. Ja, natürlich. High five, Robin. Cool. So, aber, wie gesagt, ich gehe meinen Plan nach. Ich gehe jetzt erst zu Lilly. Und, äh, check mal die Lage. Erzähl ihr mal meine jetzigen Hinweise. Hey. Find anything? Ja, ich muss was sagen. Ich muss dir was sagen. Sure, go ahead. Aber, if it's bad news, maybe save it. Ich habe einen Weg ins Gefängnis geschickt, ja. Ich wurde vor der Plage in die Prisone gelegt. Shit. Was? Dad hat gesagt, es war etwas über dich. So, du wirst. Ja. Ich wusste nicht was. Ich wusste nicht was. Das ist wahr. Und ich bin sorry. Er hat dich verletzt. Er hat dich verletzt. Er wusste, wie du warst. Er hat sich versucht, seine Leben zu retten. Der letzte Sache muss ich sagen. Entschuldigung. Du hast einen Mann. So, was? Ich glaube, er war ein dick. Es hat mich verletzt. Ja. Ich denke, alle anderen wurden verletzt. Es wird später später. Ja. Misery loves company. Ja. Das weiß ich, Lily auch. Aber ich hatte noch andere Optionen. Und die möchte ich jetzt gerne auch noch angeben. Mach dich Sorgen wegen der Moral. Ja. Ja. Und dann ist sie weg von hier. Ja. Ich möchte hier hier, wenn wir müssen. Nicht wegen der Fantasie von irgendwoher besser. Ja. Also, du denkst, das Öl ist ein Pfechtrain? Ja, nicht du? Wir leben auf dem Wasser, weil wir glauben, dass sie nicht schwimmen können? Wir sind hier leben, weil wir hier hier bleiben. Das ist so weit, wie die Diskussion geht. Ich bin zurück. Ja. Wie irgendwie dies, was das, was das Thema angeht, ist meine Meinung, sie so verbissen darauf hier zu bleiben, weil sie denkt hier sicher. Aber, das kann sich, wie schon gesagt, das kann sich jeden Moment ändern. Ich hab mit Kenny gesprochen. Hast du gerade gesprochen? Ich hab mit Kenny gesprochen. Ich hab mit Katja gesprochen. Ja, das war super. Ich hab mit Clementine gesprochen. Ich hab mit Ben erzählt. Ich hab mit Ben erzählt. Hast du Ben ihn? Ich hab mit Ben erzählt. Ich hab ihn. Ja, ich habe es Lilly erzählt. Danke, dass du mir so Mut machst. Hey, Clem. Na meine Kleine? Gut, das haben wir schon gefragt. Okay. So, können wir jetzt eigentlich auch Doug erzählen, wer wir sind? Hast du noch was rausgefunden? Hast du noch was rausgefunden? Just the chalk. I also found some bugs underneath the stairs. Don't tell Clementine. Okay, I won't. Hast du die... Du scheinst viel darüber zu... Nein, das ist alles. Er hilft uns so tatkräftig, dass kein... Stay inside the gate. I will, I will. I will, I will. So. Reide Spuren. Wir kommen die Sache irgendwie immer näher. Du bist ein guter Assistent. Es ist der chalkmarked Duck found. Oh ja. Also, gehen wir mal raus und schauen, was wir draußen zu finden. Okay. Können wir hier lang? Nein. Können wir noch Michael Jackson spielen? Klauen. Ja, jetzt wo die Farm ja nicht da ist, wir holen sie sich woanders. Was ist los hier? Es ist ein Bagel oder was. Die nehmen wir doch mal mit. Das sind unsere Medikamente. Son of a bitch. Scheiße. Das sind unsere Medikamente. Scheiße. Ja. 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 Oh nein. Banditen. Okay. 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 Aber ohne Scheiß. Okay. Aber ohne Scheiß. Shit. Okay. Wir können den Deal fortführen. Ja. Was war denn von uns? Was war denn von uns? Ja. 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 Gute Idee. Ach du Scheiß. Ein Arsch geschossen. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier auf. Ich bin hier auf den Ort. Wir müssen nur mal schießen. Wir müssen daequipfen. Das ist nicht das. Ich bin da. Nein. Schlaufe. Jetzt bin ich hier. Komm raus. Das ist etwas. Das ist etwas. Ich bin da. Oh nein, Clem. Katja, Duck. Mein Robin. Mein Robin. Da war noch einer. Oh nein. Robin. Katja. Duck. Duck. Woah. Get that. Here, get the party up door. The last chance. Get down here. Shit. Shit. Get down here. Cat. Jesus, are you okay? I'm fine. I'm fine. Oh shit, oh shit, oh shit. I'm sorry. Everything's fine, Ben. Everything's not fine. We need to figure out how this happened. We just lost everything. Well, we're lucky as shit to have this RV. And nobody died. Cat's head is split open. I'm fine. Somebody in here caused this. Settle down back there. The bandits have had our number for weeks. This is different. Somebody was working with them. Whoever it was was slipping them our meds. They didn't get their last package, so they attacked. Calm down back there. That's nuts. Lee found a bag of supplies hidden outside the wall. It's true. So, Carly. Is there something you want to say? Please. We have to get it out of you then. Back off. You are in no position to make demand. You too. Whoa, whoa, whoa. You're just pointing fingers. I didn't just come up with this. Why are you? Probably not the best time, Lily. Carly's trustworthy. She's not a traitor, Lily. Thank you, Lee. She can fight her own battles. Unless there's something going on here that implicates you both. Don't be ridiculous. Like, look. Maybe we should vote or something like that. Vote? What? Just look. Carly's a stand-up guy. Maybe this was all just a mistake. You need to look at the facts. Let's calm down. We'll eat and we'll deal with it. Let's just let it go. People make mistakes. And yeah, this is a fucking doozy. But it's not worth it, Lily. Then what do we not forgive? Honestly, tell me. Kenny can kill my dad. Carly can steal from us. Where's the line? Nobody was stealing anything. Was it both of you? What? I've seen you two together. Was it both of you? Look, just let me out. I didn't do it, but I don't like this. I don't like that. Look me in the eyes and tell me you didn't have anything to do with it. Lily, lay off of him. I... Oh! Shit! What's going on up there? I hit something. We gotta stop. Alright, well, we can deal with this now, then. Kenny, is it safe? Should be. Everybody out. Really? Out. Kenny, the RV has some surface damage, but there's a walker trapped underneath. We'll do it. You know what? We shouldn't just kick you out. We should hear what everybody thinks. I think you should chill out. I'm not gonna take this. You can push Ben around, but you can't push me around. I'm really sorry if you feel that way. I'm starting to think maybe it was both of you. There's no way it was Carly. Or somebody else. It could have even been someone sneaking into our camp. That's ridiculous. That's what you think? Yeah. Okay, fine then. Kenny? I don't know. Fuck. Just stop, would you? Well, your vote counts for you and Katja. We don't need all these votes. What do I have to do for you to trust me? I'll do anything. I'll do on just the moment. Ha, the hell you will. Stop panicking. Seriously, Ben. You need to stop and just take a breath. Do we need any more evidence than this? Fuck evidence. Stop treating him like this. Shut up, Carly. I've heard enough out of you. Kenny, what's it gonna be? Just give me a damn minute. Also die... Warum die beiden? Ich weiß... Ja... Das ist nicht passiert. Du denkst, dass du eine schwerste Frau bist, nicht wahr? Wie nichts kann dich verletzen. Aber du bist nur eine schreckliche Frau. Geh auf dich. Geh ein Buch von Lee und versuchen jemanden zu helfen. Jetzt... Was ist das Problem? Wow! Fuck! Fuck! Aber hallo! Ja! Steig ein Überleben! Nein! Du kommst nicht mit uns! Aber nicht so! Aber nicht so! Nicht so! Steigt ein, Leute! Ich meine, es gibt Grenzen und die darf man nicht überschreiten, auch in einer Gruppe jetzt. Ob wir Mörder waren oder nicht. Meine Fresse! Aber das war's dann aber auch schon. Mit dieser Folge. Also das ist echt ganz schön heftig, was hier passiert ist. Und... Wow! Ja, ich hoffe es hat euch gefallen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüüüs! Tschüüüß! Tschüüüüss! Hundro!